Hafenfest in Münster ist immer eine schöne Sache. Es ist natürlich ziemlich voll, aber man kann hier viel erleben. Einige Bands, die Leute sind gut gelaunt und wenn das Meta mitspielt, kann man nur gutes Leben sagen. Ja, also wir leben ja erst seit zwei Monaten hier, also können wir uns nicht so viel darunter vorstellen, aber es werden wahrscheinlich hier sein. Ja, ich hoffe, dass viel los sein wird. Die Konzerte weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was da kommt und ansonsten ist es mir in den letzten Jahren zu durchkommerzialisiert, tatsächlich. Ich freue mich auf gute Musik und Belustungen für die Kinder. Ich habe drei Kinder und einfach, wenn gutes Wetter ist, hier im Hafen ist immer eine nette Atmosphäre. Ich denke, das ist dann mit Sicherheit eine gelungene Sache. Ich komme ja aus Thüringen, aus Gera und werde wahrscheinlich nicht schaffen, nochmal zu kommen. Sonst wäre ich natürlich sehr gerne hingegangen. Da haben wir uns noch dieses Jahr keine Gedanken drüber gemacht. Waren Sie denn schon mal da? Ja, in den letzten paar Jahren waren wir bestimmt einige Male da. Ja, als die Kinder kleiner waren, da sind wir hier wohl gewesen, aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr. Und die Musik, war die in Ordnung? Also ehrlich gesagt, mein Geschmack trifft die Musik hier nicht so, die es beim Hafenfest gibt. Wir waren beim Hafenfest speziell noch nicht. Wir kennen den Hafen, sind schon mal hier gewesen und das würde uns natürlich besonders interessieren, auch mal so ein größeres Event kennenzulernen. Ey, die geile Musik vom Hafenfest, ne? Oder? Sagt mal, total genial. Da müsst ihr hingehen. Das gibt es nur einmal, nämlich nur in Münster. Und das im Juni. Also, nicht vergessen, Juni, Münster. Wir sind dabei. Das ist prima.